Hallo, ich bin Julia und zurzeit mache ich meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin auf Gutsanom. Die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung gefällt mir gerade so gut, weil hier jeder Tag etwas Neues mit sich bringt. Und ich mag die Teamarbeit auch sehr gerne und die Bewohner geben mir so viel zurück, das mag ich sehr.